Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Glenumbra und ich habe allerdings ein kleines Problemchen. Wir sind jetzt hier rausgegangen, also beziehungsweise ich bin beim letzten Mal schon rausgegangen, habe mich hier vorgestellt, weil ich dachte, dass hier eventuell ein neuer Questgeber kommt. Aber es tut sich nichts. Wenn ich auf die Karte gehe, da wo ich stehe, müsste eigentlich der Angriff der Bäume kommen. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das damit zu tun hat oder nicht. Wir haben hier noch eine Nebenquest, Berührung des Sterblichen oder die Dämonenwaffe und das Erbe der Drachengarde. Die hier sind, glaube ich, jetzt nur, genau, die hier sind nur von der Magiergilde sozusagen selber. Schweinedieb ist auch noch eine schöne Nebenquest, die wir hier noch haben. Also wir haben hier noch ein paar Quests, die wir machen können, aber ich wüsste jetzt nicht, welche davon jetzt zur Hauptstory gehören sollte. Und ich würde halt gerne die Hauptstory weitermachen. Einladung nach Osinium ist ja wieder was anderes. Hier, der Angriff der Bäume würde jetzt hier unten weitergehen. Theoretischerweise müsste man da hochgehen, aber ich müsste hier einen Questgeber kriegen und ich habe keinen. Also das finde ich ein bisschen seltsam. Deswegen würde ich gerne was anderes probieren, ob das eventuell den Questgeber triggert. Wieso ist der jetzt grün? Nee, aber da kann ich nicht mitreden. Für die Ritter des Königs. Hallo? Okay, der redet mit mir, aber ich kann nicht mit ihm reden. Na gut. Ist denn hier unten vielleicht noch irgendeiner, der mir ja... Ihr habt doch den König gerettet. Äh... Da hat jetzt nur einer mit mir gesprochen, oder? Das war jetzt kein Questgeber, der jetzt gerade hier rumgelaufen ist. Alles nur Dollsturz, Wache und so weiter und so fort. Das ist schön, dass die sich daran erinnern, dass ich den König gerettet habe. Ich gehe auch noch mal kurz oben gucken, aber ich glaube, da hat jetzt keiner... Ihr seid es. Hurra! Nee, das sind nur die, die jetzt gerufen haben. Also wie gesagt... Pfff... Okay. Wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen... Questgeber. Von der Hauptstory wohl bemerkt. Deswegen... Niemand kümmert sich um uns, arme Bettler. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Deswegen möchte ich gerne etwas anderes ausprobieren. Ich bin jetzt aber gerade nicht sicher. Ich glaube, das war nicht hier. Ähm... Nee, das ist, glaube ich, ein Stück weiter rechts gewesen. Beziehungsweise hier über die... Komme ich da runter? Aua! Okay, so war es nicht geplant, aber... So kann man auch hier runter. Nein! Ich will nichts mit Kartenhaien zu tun haben. Ähm... Aber der kommt, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. Es gab hier mal einen Hund, der normalerweise eine Quest gestartet hat. Äh... Nee, das ist ein anderer Hund. Der rumläuft. Ich glaube, der sollte uns aber auch nur zur Leiche bringen. Deswegen bin ich mir jetzt hier nicht sicher. Ich werde jetzt einfach mal hier rausreiten. Hört, hört! Im Augenblick wird von einer Reisenden... Ja, ja! Hier ist ein Reisender, ein Reisender. Ich weiß nicht, die Leute reden hier immer. Ihr seid es, die die Herrin sucht. Hä? Welche Herrin sucht mich? Ähm... Ich schaue mal, ob eventuell noch ein Questgeber hier vorne ist. Weil da auch ein Marker ist, damit wir da mit der Hauptstory weitermachen können. Ja, es tut mir leid, ich kann gerade keine Nachrichten mehr annehmen. Ich bin zu beschäftigt. Oh, Moment, das war Ahnseite. Die muss ich auf jeden Fall nehmen. Aber die müsste... Nee, das ist der Typ hier. Oh ja, mit dem kann ich reden. Fremde? Dieser Wald ist verflucht. Das sieht gut aus. Ein Wort der Warnung, meine Freundin. Wenn ihr dieser Straße folgt, solltet ihr wissen, dass D-Lines Mühl verloren ist. Was ist in D-Lines Mühl geschehen? Das Land hat sich gegen uns gewandt. Zweiglinge und Kobolde haben die Mühle überrannt. Meine Familie und ich sind entkommen, aber der Rest der Einwohner hatte weniger Glück. Wie kann ich euch helfen? Ich weiß es nicht. Es könnte einen Weg geben, den anderen Einwohnern zu helfen. Eine Gruppe von Frauen ist aufgetaucht, als wir geflohen sind. Sie wirkten viele Zauber und nannten sich die Wirtschwestern. Sie haben uns geholfen zu entkommen. Vielleicht wissen sie, was da los ist. Ich werde mit diesen Wirtschwestern reden. Ich bringe meine Familie nach Dolchsturz. Dort werden wir sicherer sein. Ihr habt noch andere Einwohner erwähnt. Unsere Freunde und Nachbarn. Sie waren von den Kobolden umzingelt. Wir konnten nichts tun, außer um unser Leben zu laufen. Ich werde tun, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Vielen Dank, meine Freundin. Ich muss leider zugeben, ihr seid wirklich tapferer als ich. Ach, ich bin auch eine Heldin, also ist das nicht so schlimm. Wisst ihr, warum das Dorf angegriffen wurde? Möge Sheor mich verfluchen, aber ich habe keine Ahnung. In D-Lines Mühl haben wir uns schon immer nur um unsere Arbeit gekümmert. Wir mischen uns nicht in die Politik oder die Fäden unserer Nachbarn ein. Sicherlich könnte Bäume fällen einen Zweigling erzürnen, schätze ich. Haben die Zweiglinge so etwas schon einmal gemacht? Nicht, solange ich in D-Lines Mühl lebe. Diese neuen Ranken sind wirklich seltsam. Selbst mit meiner besten Axt konnte ich sie nicht durchtrennen. Was für seltsame Ranken? Ihr werdet sie früh genug sehen. Im Norden gibt es besonders viele. Ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Sie sehen alle furchtbar verdreht und krank aus. Ich würde euch empfehlen, euch möglichst weit von diesen grässlichen Ranken fernzuhalten. Sie bedeuten nichts als Ärger. Dessen bin ich sicher. Na gut, dann gehe ich halt wieder. Nein, das natürlich nicht. Aber wir müssen mal kurz gucken. Ja, in die Richtung. Dass wir den Wegschrein hier mal eben freilehen. So. Ich weiß da, warum geht es, aber... Ich muss erst mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Also ich hoffe, dass das jetzt alles so nach der Reihenfolge hier tatsächlich stattfindet. Weil, wie gesagt, eigentlich, so wie ich es verstanden hatte, sollte es im... Ihr kommt nicht aus diesem Dorf? ...um den Schloss herum weitergehen. Bestellung für D-Lines Mühl. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Nein. Nein, nicht du, Bastian. Wer seid ihr, dass ihr einfach so durch Flammen und Wald schreitet? Ihr riecht nach der Stadt aus Stein. Kommt ihr, um unseren Wald zu fällen? Unser Erdreich aufzureißen? Wurden die Geister nicht schon genug von euer Eins erzürnt? Ich bin nur hier, um zu helfen. Wenn ihr das sagt, meine Schwestern und ich dienen dem Beldamer Wirt. Wir haben eine Pflicht zu erfüllen. Ihr? Ich kenne eure wahren Beweggründe nicht. Dennoch könnten wir die Hilfe von jemandem gebrauchen, der nicht so eng mit dem Wald verbunden ist wie wir. Ihr könntet euch also doch als nützlich erweisen. Was soll ich tun? Meine Schwester Olyna ist da draußen und wahrscheinlich irgendwo zwischen den Feuern und den wütenden Kreaturen des Waldes gefangen. Die Feuer brennen, unsere Schwester wird vermisst und die Einwohner sterben. Dagegen muss etwas getan werden. Ich werde mich um die Feuer kümmern und jeden retten, der noch am Leben ist. Holt alle hierher zurück, damit wir sie hier beschützen können. Zumindest für eine Weile. In der Zwischenzeit planen wir die nächsten Schritte. Und sorgt dafür, dass diese Feuer gelöscht werden. Dieses Gebäude stellt keinen großen Schutz mehr dar, wenn es abbrennt. Wer seid ihr? Lebt ihr in Delünsmühlen? Wir sind die Hexen des Wirts. Wir dienen dem Wirtbaum und der Wald ist unser Zuhause. Wenn hier Bretone gegen Bretone stünde, würden wir uns nicht einmischen. Doch die Ursache hier ist nichts Natürliches. Dem Wald wurde Leid angetan und das erfüllt den Beldamer Wirt mit Besorgnis. Deswegen seid ihr gekommen, um zu helfen. Wir halten uns zwar gerne abseits, aber wir sind nicht herzlos. Niemand verdient es für etwas zu sterben, an dem er keine Schuld trägt. Wisst ihr, warum der Wald so feindselig geworden ist? Liegt das nicht auf der Hand? Die Bewohner der Stadt des Steins sind dafür verantwortlich. Sie haben keinen Respekt vor der Natur. Die Natur lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad beugen, bis sie zu leiden beginnt. Dann fordert sie ihr Recht wieder ein. Die Natur setzt sich am Ende immer durch. Deshalb sind die Ranken aufgetaucht. Welche Ranken? Die Ranken. Sie sind schon vor Wochen aufgetaucht. Sie brachen aus der Erde hervor und breiteten sich über ganz Glen Umbra aus. Wir hatten solche Ranken vorher noch nie gesehen. Und selbst der Wirtbaum wurde von diesem sonderbaren Gewächs umschlungen. Was immer hier auch vor sich gehen mag, niemand ist davor sicher. Ich will ja nichts sagen, aber hat zufällig einer von euch mal H2O geschaut. Also die ursprünglichen Folgen davon. Ich glaube, die ersten drei Staffel waren es. Ja, diese Stimme kommt von einer der Million Frauen. Das triggert mich irgendwie. Aber im positiven Sinne. Holt Wasser aus dem Brunnen, um die Feuer zu löschen. Die wir wahrscheinlich löschen müssen, um den Bewohnern zu helfen. Ich versuche mal weitestgehend den armen Viechern hier, Tieren kann man ja nicht so wirklich sagen, keinen Schaden zuzufügen. Muss ich dir noch Bescheid sagen, dass du abhauen sollst? Hallo? Dann geht. Es gibt Überlebende. Sie sind in der Mühle. Sprecht ihr die Wahrheit? Ja. Mura dachte, sie wären alle tot? Jetzt bringt ihr mir diese guten Nachrichten und füllt das Herz von dieser mit Hoffnung. Ihr Wirdschwestern beschützen eure Freunde. Mura hat Geschichten über die Hexen gehört, die sich im Westen herumtreiben. Manche waren schön, manche nicht so sehr. Diese wird aber eure Hilfe nicht ablehnen, ja? Mura wird den Weg zurück zur Mühle finden. Soll dieser nur ruhig eine von diesen Kreaturen in die Quere kommen? Dann wünsche ich Mura alles Gute und schau mal, was ich aus ihrem Haus noch mitnehmen kann. Aber anscheinend hat sie da nicht so wirklich viel. Ja gut, den Rettig können wir noch einpacken und den Kürbis. Was scheinbar, ach ne, das war glaube ich noch vom Bücherlesen oder so. Ich wollte gerade noch sagen, was scheinbar Bastian gut gefallen hat. Was ich hier geklaut habe, was sehr seltsam wäre, weil er das ja so gar nicht mag. Aber das war tatsächlich noch von davor. Jetzt wollte ich eigentlich nicht hier hin, um Holz zu hacken. Aber ich habe hier gerade das Leuchten sehen und bin da direkt hingelaufen. Kann ich nicht das Feuer hier löschen? Na, kann ich nicht. Muss hier hingehen. Das Feuer hier muss ich löschen. So. Guten Tag. Ich will nicht hier draußen sterben. Ihr müsst mir helfen. Seid ihr verletzt? Verletzt, verletzt? Was spielt das für eine Rolle? Alle sind tot. Ich glaube, ich glaube, nur ich habe überlebt. Ihr seid nicht der einzige Überlebende. Geht zur Mühle. Die Einwohner sammeln sich dort. Überlebende? Ich bin nicht allein? Oh, denn ach sei Dank. Ich muss zur Mühle zurück und nachsehen, wer sonst noch am Leben ist. Nehmt den Weg, den ich frei gemacht habe. Nicht durch die Viecher durch. Ähm, sich da hinten nennen. Ja, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Oder? Da ist doch keiner. Das muss doch hier sein. Ich mach euch mal kurz. Ich muss mal hier nach. Okay, ne, ne. Das macht das mal gar nicht kaputt. So. Da ist er. Hallöchen. Es ist gut, dass ihr rechtzeitig hergekommen seid. Ihr wart viel gnädiger, als ich zu diesen Kreaturen gewesen wäre. Mhm. Geht es euch gut? Besser als diesen Kobolden, nachdem ich mit ihnen durch bin. Angenommen, ihr habt sie nicht schon getötet. Habt ihr das? Sie alle getötet, meine ich. Habt ihr? Ohne eure Hilfe geht jetzt zur Mühle. Äh, der Weg zur Mühle ist frei. Dort seid ihr sicher. Die Mühle? Selbstverständlich. Nun, wenn ich auf dem Weg auf feindliche Kreaturen treffe, werden sie den Tag bereuen, als sie sich entschieden, in unser Dorf einzufallen. Mhm. Ja. Ist klar. Okay, zwei haben wir noch. Was seltsam ist, weil wir eigentlich, äh, war das jetzt hier drauf? Nee, der Pfeil ist nicht hier. Ach, da sind zwei. Meine Tochter. Sie. Meine geliebte Tochter. Sie ist tot. Nein. Sie. Sie kann nicht tot sein. Nein. Aber wir müssen diese Feuer irgendwie löschen, sonst teilen wir ihr Schicksal. Ah, jetzt kann ich mit ihr reden. Schicken meine Schwestern euch zur Hilfe. Ja, ihr müsst zurück zur Mühle gehen. Mögen die Muttergeister uns führen. Ich habe alles versucht, aber ich konnte nur diese eine Einwohnerin retten. Ich sorge dafür, dass wir beide es zurück zur Mühle schaffen. Nein. Meine wunderschöne Tochter. Bitte sag doch etwas. Es geht dir doch gut, oder? Es muss dir einfach gut gehen. Wir müssen gehen. Wir können nicht länger hierbleiben. Eure Tochter ist tot. Wir können sie nicht einfach so zurücklassen. Ich muss mich verabschieden. Halt. Was macht ihr da? Was geht hier vor sich? Ja, ich würde sagen, absolut verständlich von der Mutter, aber auch verständlich, dass die eine sie jetzt erstmal ja, mitgezogen hat, mitgeportet hat oder wie auch immer. So, jetzt müssen wir trotzdem mal gucken. Irgendwo hier oben muss einer sein. Ach da. Hallöchen. Ich kann gar nicht mit dir reden. Ah, jetzt. Ich dachte, ich wäre die Letzte hier draußen. Na, dann kommt hoch hier und kämpft an meiner Seite. Heute ist ein ruhmreicher Tag zum Sterben. Wie viele der Kreaturen habt ihr getötet? Jedes dieser verdammten Dinge, das mir zu nah gekommen ist. Ein Nord gibt niemals auf und ein Nord scheut nie den Kampf. Ich werde weiter kämpfen und meine Axt schwingen, bis mir der Arm abfällt. Und dann finde ich schon einen anderen Weg, um weiter zu kämpfen. Ja, der eine war wohl kein Nord, ne? So als Ork. Die überlebenden Einwohner sammeln sich in der Mühle. Ihr solltet zu ihnen stoßen. Ich habe keine Angst zu sterben, Fremde. Aber wenn es schon so sein soll, dann tue ich es lieber, während ich das Dorf verteidige. Danke für eure Hilfe. Ich freue mich darauf, an der Mühle an eurer Seite zu kämpfen. Ja, gerne, gerne. Aber ich wollte gar nicht an der Mühle kämpfen. Ich wollte eigentlich die Leute hier alle wachrütteln, dass sie wissen, dass Verstärkung... Naja, Verstärkung unterwegs ist es falsch ausgedrückt, aber... Moment. Das ist aber doch nicht... Ich muss mit ihr nochmal sprechen, aber es wird mir irgendwie anders angezeigt. Ich weiß nicht. Ich probiere es mal. Ja, doch. Vielleicht habe ich mir zu schnell ein Urteil über euch gebildet. Diese Leute und auch meine Schwester Olyna schulden euch ihr Leben. Ich habe getan, was ich konnte. Die restlichen Feuer sollten bald von allein aus gehen. Ihr habt getan, was ihr konntet. Doch die Wut des Waldes hat dieses Dorf verwüstet. Es ist gewiss schrecklich, doch ein kleiner Teil von mir ist dankbar, dass diese Segen schweigen werden. Meine Schwestern und ich sollten in der Lage sein, alle in Sicherheit zu bringen. Aber wir brauchen eure Hilfe, damit es funktioniert. Kein Problem. Die Frage ist jetzt nur, müssen wir jetzt nochmal fragen. Liegt das nicht auf der Hand? Wie rankt? Das mit den Ranken ist auch klar. Hm. Das draußen. Ah, Moment. Da steht einer. Bzw. ein Nee. Der Geisteswirt weint, da etwas seine Kinder in den Wahnsinn treibt. Ich sorge mich um die Unschuldigen in diesem Dorf. Was ist hier los? Der Wald ist in Aufruhr. Hass erfüllt. Wir wollten ihn so besänftigen, wie wir es auch sonst immer getan haben, aber unsere Magie hat versagt. Noch nie haben die Elementargeister sich geweigert, auf unsere Rufe zu antworten. Das Gras, die Bäume und selbst die Erde. Und selbst die Erde. Sie sterben. Was können wir tun? Für den Augenblick ist es unsere Aufgabe, die Einwohner vor diesen Kreaturen zu beschützen. Ich könnte einen einfachen Schutz sauber erstellen, um die Mühle zu beschützen, aber wir sind im Wirtbaum fern. Ich werde einen Fokus benötigen. Ich werde helfen. Was braucht ihr denn von mir? Nehmt diese Kreatur geboren aus und an die Essenz von Aetherius gebunden. Lasst sie euch zu dem führen, was ihr benötigt. Hoffentlich wird sie genug finden, um den Schutz zauber zu errichten. Erzählt mir vom Wirtbaum. Der Wirtbaum ist der Geist, der diesem Land Leben schenkt. Meine Schwestern und ich sind der Beldammerwirt. Wir dienen dem Wirtbaum. Wir kamen hierher, um herauszufinden, warum dieser Teil des Waldes von solchem Zorn geplagt wird. Habt ihr etwas herausgefunden? Nein, und das bereitet mir Sorgen. Der Wald spricht nicht mehr mit uns. Wir spürten, dass etwas im Argen liegt und sind deswegen hierher gekommen. Aber abgesehen davon sind wir völlig ratlos, wie man die Dinge wieder richten könnte. Was werdet ihr mit den Zutaten machen? Lasst diesen Fackelkäfer fliegen, wohin er will. Lasst ihn euch zur Essenz von Aetherius führen. Er wird die reinste Erde finden und hervorbringen, was ich für meinen Fokus benötige. Okay, hört sich mehr oder weniger einfach an. Wir müssen natürlich jetzt erstmal dahin kommen. Was ist da? Ah, hier. Kann ich auch hinterher reiten? Wahrscheinlich ist das zu schnell, oder? Für mich, kleiner Fackelkäfer. Oh. Essenz. Sammelt die Essenz. Ja. Wir sollten dann auch nochmal den Wegschrein gleich freischalten, aber ich würde sagen, wir holen erstmal kurz die Essenz ab. So, und dann da unten nochmal. Aber wie gesagt, ich hole mal kurz den Wegschrein hier. So. Dann. Den würde ich gerne noch mitnehmen. Den Pilz aber auch ganz gerne, wenn ich jetzt ehrlich bin. Du siehst mich nicht, okay. da müssen wir rum. Wenn ich übrigens mal irgendwie ächzen und stöhnen sollte, dann liegt das nicht daran, dass in Tee so alles so schwer geworden ist, sondern einfach nur, dass wir heute 34 Grad im Schatten haben. Und wir jetzt sehr spät am Abend haben, aber immer noch etwas über 30 Grad. Deswegen, ja. Ich bin noch nicht bereit. Natürlich bin ich bereit. Wie soll denn jetzt? Moment. da hinten ist er. Hui. Hallo. Fackelkäfer? Fackelkäfer? Bin ich dem jetzt auf den Kopf gefallen oder warum ist der jetzt abgehauen, als ich da runtergesprungen bin? Ah, Sensation. Sehr schön. So. Hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Auf der anderen Seite bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Hup. Da ist sie schon. Ich trauere um die Kreaturen, die ihr töten musstet. Normalerweise sind sie nicht so aggressiv. Ich habe dabei, was ihr benötigt. Möge die Essenz von Aetherius uns alle beschützen. Jetzt. Bitte. Geh zurück. Ich muss das Ritual der Abschirmung durchführen. Ich werde dann mal lieber aus dem Weg gehen. hoffentlich funktioniert es. Da. Das sollte gereicht haben. Kommt mit mir. Gut. Es hat funktioniert. Das ist ein hervorragender Schutzzauber, wenn ich das selbst so sagen darf. Wohin? Also mit ihr. Sie sprechen. Dieser Schutzzauber wird uns etwas Zeit kaufen. Jetzt müssen wir herausfinden, was wir als nächstes tun werden. Wir sollten die Einwohner nicht auf ewig zu ihrem Schutz einsperren. Abgemacht. Die Mühle ist fürs Erste sicher, aber wir müssen die Einwohner von hier wegbekommen. Und wir haben eine beliebende Scherpe bekommen. Meine Schwester Jehanna hat einen Plan, wie man den Dorfbewohnern helfen kann, aber wir brauchen eure Hilfe. Wenn ihr helfen wollt, dann redet bitte mit ihr. Okay. Okay. Das ist die hier vorne. Meine Schwestern und ich sollten in der Lage sein, alle in Sicherheit zu bringen. Aber wir brauchen eure Hilfe, damit es funktioniert. Was muss ich tun? Wir können entlang der Wurzeln des Wirtbaums reisen. Dadurch konnten wir so schnell hierher kommen. Doch der Boden selbst ist hier mit einer Art Verderbnis befleckt, sodass wir diesen Pfad nun nicht mehr beschreiten können. Die Wurzeln müssen mit reiner Energie genähert werden. Woher bekommen wir reine Energie? Nichts ist reiner als das Leben selbst. Wir könnten die Lebenskraft der Kreaturen nutzen, um die Wurzeln des Wirtbaums zu nähren. Tötet an jeder der Wurzeln eine der Kreaturen, die sich dort aufhalten. Ihre Lebensessenz sollte die Kraft liefern, die wir brauchen, um die Einwohner hier herauszuholen. Ich kümmere mich darum. Sucht die Wurzeln des Wirtbaums in der Umgebung der Mühle. Denkt daran, dass diese Kreaturen ihr Leben nah bei den Wurzeln aushauchen müssen, sonst nehmen die Wurzeln ihre Lebensessenz nicht auf. Jede Kreatur, die ihr nicht nah bei einer Wurzel tötet, ist grundlos gestorben. Erzählt mir mehr über die Magie des Wirtbaums. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Da geht's runter. Moment, bist du der Wirtbaum? Ja, ne? Das ist der Baum. Das heißt, wir müssten gucken. Komm mal zu mir. Nein, nein, nein. Du darfst die jetzt hier nicht wegziehen. Ich muss die hier töten. So. Die ist schon mal genährt. Ich dachte jetzt eigentlich, dass der Baum so einen Pfeil oben drauf bekommt, damit man den auch wirklich erkennt. Aber das war dann wohl eher nicht so. So. Was ist mit euch? Du bist vermutlich der richtige Baum. Und ihr müsst jetzt nach hier kommen. Ist das nicht der richtige Baum? Der hat die Wurzel. Oh, das ist der richtige Baum. Komm her. Komm her. Komm her. Das ist hoffentlich nah genug dran. Okay. Ich bin doch ein bisschen zu weit. So. Dann. Jetzt haben wir einen Buch genommen. Hier ist auch gar kein Baum. Rechts von mir. Rechts von mir ist aber kein Baum. Ach, jetzt geh mir doch mal nicht auf den Sack. Ich muss hier mal eben was gucken. Mann. Also. Eigentlich muss ich mich nach hier drehen. Da war das hier der Baum, oder wie? Komm mal her. Probieren wir mal aus. Ah. Okay. Das sind dann quasi die Überreste von dem Baum. Na gut. Dann machen wir das so. Beziehungsweise haben wir ja schon so gemacht. So. Dann. Gehen wir wieder zurück zu ihr. Nicht hier vorne. eine. Wir konnten alle Dorfbewohner durch das Portal bringen. Jetzt sind sie in unserem Lager in Sicherheit. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Ich sollte zu unserem Lager zurück und dabei helfen, die Einwohner zu beschützen. Meine Schwestern werden dem Irrsinn, der sich hier heute zugetragen hat, näher auf den Grund gehen. Vielleicht könntet ihr ihnen helfen, falls ihr Interesse habt. Ihr habt euch meinen Respekt verdient, Steinbewohnerin. Vielen Dank. Und wir haben eine erfüllte Robe vom Spur des Blutdurnens erhalten. Sprecht mit Helene. Es gibt noch immer Fragen, die eine Antwort bedürfen. Helene hat die Antworten. Ja, das ist schön, aber leider, leider habe ich gesehen, dass unsere Zeit mal wieder knapp wird. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich bin froh, dass wir mit der Hauptstory weitermachen können. Ich fand es so trotzdem ein bisschen komisch, weil der König so gesagt hat, so haltet in meinen Namen Augen und Ohren offen. In der Stadt, glaube ich, hat er noch gesagt und jetzt ist irgendwie nichts mit der Stadt und es hat jetzt woanders weiter geführt hier von der Story her. Aber egal. Ich bin froh, dass wir es gefunden haben und ja, sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.